So, weiter geht's bei Let's Play, Batman Arkham Knight 100% 1, wir spielen als Catwoman die Stealthkarte Gefängnisausbruch, peitschenfeger auf dem Drohnenbediener gefolgt vom Boden ausschalten, werf innerhalb von 30 Sekunden Fußhange auf zwei Schläge, besieg alle Gegner ohne, das wird schon wieder so Mist. Simulation aktiviert. Das ist das Schlimmste, dieses elende Wagen. Vor allem, wie scheiße die sich gerade im Hochgezogen hat, hey. Geh es mir den Fußangeln, finde ich so blöd. Na vorhin drei Sekunden Fußangeln, aber es werden ja nur werfen, heißt nicht, dass es erfolgreich sein soll. Also es ist die Umwand, manch. Was war das von Anfang? Simulation aktiviert. Besser als auf abgeworfene Futterpakete in Arkham City zu wagen. Das ist das Schlimmste, dieses elende Wagen. Ich sehe sie! Ho ho ho! Nee. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit Catwoman diese Karte spielen soll, gell? Aber ne Idee hätte ich. Da sie ja lautlos rennt. Jetzt zimiere ich erstmal das Teilnehmerfeld ein bisschen. Stimmt ja, ich habe hier den, was quasi der Detektivmodus ist. Das ist das Schlimmste, dieses elende Wagen. Lustig, der hat noch keinen. Von seinen Kumpang-Jungs alarmiert. So, was wir jetzt machen, ist folgendes. Ich werde oben aufräumen. Das ist das Schlimmste, dieses elende Wagen. Ich habe hier ein paar Mal. Ich habe hier eine Idee, genau. Das ist die Sache, genau. Die hören das. Das ist halt die Sache. Ich müsste das verteilen, ohne dass sie das hören können. Und ohne dass sie da vorher schon mal drauflaufen. Machen wir nochmal ein bisschen. Am besten geht es ja dann mit zwei Typen auf einer Ebene, ne? Ach Mist, der hat mich gesehen. Ich wollte was ganz anders sagen. Na? Lade schneller. Hallo, hallo, nein, nein, nein! Ey. Ich hätte schon keinen Bock mehr, wenn ich so abkacke. Was willst du, Spasti denn? Ach toll, alle Fuß an der Decke schoben. Bringt das nichts. Simulation aktiviert. Es sei also, auf abgeworfene Futterpakete in Arkham City zu warten. Ich muss auch schon mal sehen. Ich muss auch schon mal sehen. Komm her. Zu langsam. Mal schauen, ob es funktioniert. Mal schauen, ob es funktioniert. Eins, zwei, zwei, yes! Das geht sogar tatsächlich so. Sehr geil. Was passiert da draußen? Alles ist toll, ich versuch nur nicht vom Himmel zu werden. Wir sollten gehen. Wer kommt mit? Ey, keiner hat mir gesagt, dass ich ein Fein in der Arbeit war. So, jetzt können wir uns mal ein bisschen auf den Rest konzentrieren. Was ist das? Oh Gott, es hat einen erwischt! Wo bist du? Bei den Büros! Hupser. Ich wollte nicht von den Typen gesehen werden, nur weil die da so rumeiern. Schau. Was ist das denn das? Schau. 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 Aber sowas, wir locken sie mal alle hier hin. Ich muss ja noch das mit dem Peitschenfeger machen. Gleich ich mich mal. So, ich mach die Sannis mal schnell platt, weil ich brauche nicht, dass ihr die anderen wieder erweckt, alle. Scheiße, Mann. Sie sind doch alle kaputt. Ich hab keinen Bock auf Capwoman, ähm, Deathmaps, Mensch. Sag mal. Wie viele gibt's noch? Wir können ihm nicht helfen. Ihn hat's erwischt. Passt besser auf. Wenn ich wenigstens, äh, die, die Schächte verwenden könnte, wär's ja einfach. Der ist halt super einfach aber auch, ne? Der steht nicht mehr auf. Geht weiter. Was? Das Wachgeschützer hat aber nur so eine kleine Range? Scheiße. Der Typ glitcht da wieder rum. Wo ist der verbleibende Typ? Ah, da unten. Wollen ich den Moment in der Sprungattacke erwische? Ja, jawohl. Lass mich fallen. Das war nicht so glanzvoll. Da unten so glanzvoll. Untertitelung des ZDF, 2020